Arte Reportage, schön, dass Sie dabei sind. Corona und die Flüchtlinge. Zwei Krisen und eine Welt auf der Suche nach Antworten. Das sind unsere Themen heute. Ja, mit den Szenen aus dem Flüchtlingslager Moria war es mit einem Schlag zurück. Da ist noch ein anderes Drama, wir sehen es nur kaum mehr. Auch nicht, was sich im Norden Frankreichs abspielt, in der Gegend um Calais. Sie haben dort Zäune gebaut, Lager niedergerissen, Menschen vertrieben. Doch die Zahl derer, die alles riskieren, um die Küste Großbritanniens zu erreichen, wird nicht kleiner. Das Einzige, was sich ändert, ist ihre Route. Sie ist noch tödlicher, noch absurder. Weil der Ärmelkanal hier nur 34 Kilometer breit ist, stürzen sie sich mit Gummibooten und Tretbooten in die See, kreuzen mit Kajaks oder Surfbrettern die Routen riesiger Frachtschiffe. In diesem Jahr haben das schon über 5.500 Menschen gewagt. Dreimal so viel wie im gesamten Vorjahr. Ein neuer Rekord, der London jetzt dazu bringt, sogar über den Einsatz der Luftwaffe nachzudenken. Doch das alles wird Menschen wie Alex aus dem Iran oder Sultan aus dem Sudan nicht aufhalten. Julien Godichoux von Ikari über zwei verzweifelte Geschichten von Tausenden, die sich jetzt in diesen Stunden abspielen. Wann wird Schluss sein mit diesen Bildern? Wann hat diese Krise ein Ende? Das ist auch die eine Frage, wenn es um Covid-19 geht. Schaut man nach China, scheint die Antwort klar. Das hier hinter mir ist die chinesische Corona-Kurve. Sie geht natürlich gegen Null. Während die Welt mit immer mehr Infizierten kämpft, ist dort, wo alles begann. Fast alles, als wäre nichts gewesen. Das Virus habe die Überlegenheit des chinesischen Systems getestet, sagt Präsident Xi Jinping. Und jetzt lege das Ergebnis vor. Mit Bravour bestanden. In den USA starben bereits über 200.000 Menschen, in China keine 5.000. Die Welt könne also von China lernen, vor allem von Wuhan. Im November 2019 traten dort die ersten Fälle auf. Dann kamen die Bilder von röchelnden Patienten und weinenden Ärzten. Der Lockdown war der radikalste der Welt. Und genauso radikal ist dort jetzt die Rückkehr zur Normalität. Überall Menschen, aber kaum Masken. Es gibt wieder Messen, Groß-Events, aber keinen einzigen neuen Corona-Fall seit Mai. Wuhan weiß, wie man das Virus besiegt. Und vor allem, wie man sein Image als Ex-EPI-Zentrum aufpoliert. Sébastien Lebilsig von Ikari mit einem Streifzug durch... Wenn es Sie interessiert, wie unser Reporter Sébastien Lebilsig seine Zeit in Wuhan erlebt hat, im Internet finden Sie ein Interview, das unsere Kollegen von mit offenen Karten mit ihm geführt haben. Nächste Woche erwartet Sie dann William Irigoyen wieder hier. Unter anderem mit einer Reportage über die Kinder mitten im syrischen Bürgerkrieg. Haben Sie eine gute Zeit bis dahin. Bis bald et à bientôt.